Ich ziehe meine Sommerjacke über und verlasse die Wohnung. Im Treppenhaus begegnet mir der Vertreter aus dem vierten Stock, der sich neuerdings Finanzberater nennt. Vermutlich wird er mir demnächst ein paar Aktienfonds verkaufen wollen. Ich weiß nicht, was ich dann sagen soll. Von den vielen Leuten in meiner Nachbarschaft, die ich nicht kenne, die mir aber immer wieder begegnen, möchte ich keine missen. Das heimisch sein in den Blicken der anderen ist nötig, weil Wohnungen allein niemals ausreichen, um ein Gefühl der Zugehörigkeit aufkommen zu lassen. Ich bin der Herr Wolf seguinte.